Musik Wie macht der Flamingo? Hallo und herzlich willkommen Leute, bisschen spät heute das Video, ich habe heute die Wohnung gestrichen und bin deswegen überhaupt nicht dazu gekommen um irgendwas zu tun, zwecks Playstation Videos überspielen und 1 gegen 1 mit Reaper hochladen. Das heißt, was wird morgen kommen, dann mache ich dann dieses Abschlussvideo mit meiner 30 Tage Sportchallenge, was ich so alles getrieben habe, was mir am meisten gefallen hat, habe ich ein bisschen gestern schon berichtet. Wir spielen jetzt hier noch Untersuchung und Zerstören aus Flamers Perspektive, ist ziemlich cool, die Zeit läuft uns hier davon und ich werde total beschossen aus irgendwo Bi drüben und lege mich dann neben ihm inzwischen die Sanksecke hin und lasse ihn einfach regeln. Er hat die Sniper in den Händen, ist ihm völlig egal, wenn irgendwo er angeschossen wird, juckt ihn überhaupt nicht, ein Schuss geht wieder zur alten Position zurück, sucht den zweiten, ein bisschen kurz am gucken, wo ist er, wo kann er sein, wo kann er sein und da klatscht es. Da wird es dunkel, das Spiel ist aus, 4-4, wir haben ausgeglichen und ja, lustige Runde, freue mich auf jeden Fall, wenn sowas ähnliches wieder in Black Ops 3 zurückkommen wird. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, schreibt Fragen in die Kommentare, abonniert meinen Kanal für mehr und seid auf jeden Fall morgen dabei, morgen eben, lages Video, wird ein bisschen erzählt, was so alles gewesen ist in den 30 Tagen. Macht's gut, ciao!